Ja, guten Morgen, liebe Freunde der analogen Unterhaltung. Es ist wieder BerlinCon-Zeit und was bedeutet es? Große Laster mit viel Zeug. Wie ihr seht, waren wir ja schon fleißig. Wir waren nämlich schon in unserem Lager und ihr seht, es ist schon einigermaßen gut gefüllt. Wieder fleißige Helfer hier am Start, wie immer. Und tatsächlich auch ein schönes, großes Auto, fast zu groß. Also alle werden jetzt lachen, die schon mal mit jemals mit mir irgendwas hier eingeladen, transportiert haben in meiner kleinen Karriere. Weil bislang waren meine Autos grundsätzlich zu klein. Ich glaube, diesmal habe ich tatsächlich ein zu großes Auto ausgeliehen. Aber besser zu groß als zu klein. Ich bin damit fast irgendwie nicht in unser Lager reingekommen. Aber jetzt ist egal, wir stehen hier einfach gemütlich vor unserem Laden in Falkensee rum. Und haben hier schon alles vorbereitet. Jetzt müssen wir wirklich nicht mehr viel einladen. Und es sind vor allem hier die Rucksäcke, die ihr vorbestellt habt. Und unser Kram hier, Badges, Schlüsselanhänger. Alles, was man halt so braucht, um so eine kleine Berlikon zu machen. Ja. Und ich würde einfach sagen, wir laden jetzt fertig hier ein und dann geht es ab zum Estrell. So. Wir sind angekommen und es ist schon mal eine sehr gute Nachricht, weil der Wagen war nicht zu groß, sondern er war genau richtig. Und ich denke mal, das kann ein gutes Motto sein für diese Berlin-Con. Genau richtig. Hoffentlich auch genau die richtige Location. Richtiges Wetter, richtige Leute. Das sowieso, das weiß ich. Ja, Jungs fangen hier schon mal an. Unsere Aufbauhelfer hier fangen jetzt schon mal an auszuladen. Aber ich werde jetzt mal gucken. Hinten habe ich nämlich gehört, ist die Spieleausgleich schon angekommen. Und die hatten einen zu kleinen Wagen. Mal gucken, was die dazu sagen. Ah, die fleißigen. Ja? Na? Wie sieht es aus hier? Habt ihr etwa einen zu kleinen Wagen gesorgt? Ja. Sie sind halt 7,5 oder 8. Könnt nachher mal gucken. Ich zeige den Jungs gleich mal, was, was, das ist ein Wagen. 96% Auslastung, professionell gemacht. Sehr gut. Tetris wieder, Note 1. Sehr cool. Nur ein Fahrer, der fährt wie die gesenkte Sau. Und ihr lernt jetzt aus und fahrt einfach nochmal hin, oder wie? Ja, alles klar. Ja, ist ja noch Zeit, oder? Alles gechillt. Hier tiefenentspannt. Voll gut, voll gut. Wir gucken mal rein. Guck mal hier, auch diese tollen Wagen. Habt ihr euch auch schon besorgt? Perfekt. So, das ist natürlich jetzt der inoffizielle Wareneingang. Den könnt ihr nachher nicht benutzen. Und hier geht es gleich weiter, direkt zu der wunderschönen Spielehalle. Guckst du dir an? Licht ist auch schon da? Nee, noch nicht komplett an. Noch nicht komplett an. Ist ja riesiger, ist auch in der Ebene. Ja, die ist jetzt, die ist groß. Ach. Und so sieht unsere Spieleausleiher aus, wenn sie fertig ist. Nein. 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 Ein Spiel legen wir gleich nochmal rein für euch. Sehr gut, sehr gut. Ich habe schon gesehen, oder? Ich habe schon euren Kleinwagen gesehen? Ja. Es ist leider heute morgen wieder was schiefgelaufen beim Ausleihen. Eigentlich sollte es ein größerer mit Hup. Und ihr habt den nicht bekommen, oder wie? Nee, der hat einen Defekt an den Bremsen zu leuchten. So, es war gar nicht eure Schuld. Ach, Mensch. Nee, ja, wissen wir noch nicht. Also, selbst mit dem größeren wissen wir nicht, ob es reingepasst hätte, oder nicht. Ja, aber den gebe ich jetzt natürlich heute schon wieder ab. Aber ihr fahrt einfach halt nur nochmal, habe ich schon gehört. Ja, wir machen eine... Wir drehen eine extra Berlin-Kontrolle. Die erste schon mal. Das ist alles gut. Aber ich sehe, ihr habt ja schon einiges. Platz ist doch auch da. Ja, alles gut. Und innen wird alles gut. Alles wird gut. Alles wird brillant. Und so sieht es dann aus, wenn man in die Richtung guckt und wenn die Halle noch leer ist. Ich bin echt gespannt, wie das aussieht, wenn es fertig ist. So werden wir dann morgen sehen. Das ist die Galerie. Da oben ist die Galerie. Da kann man auch spielen. Da auf dem Runden. Ja, das Runde ist auch eine Galerie. Da ist dann Blood on the Clock Tower Runden, tatsächlich. Das ist ziemlich cool. Kannst dann auch mal hochgehen. Ja, schon echt nice. So, und ob es glaubt oder nicht, ich bin fertig. Guckt es euch an, hier ein riesengroßer Lehrer LKW. Den muss ich nur noch abgeben. Bestes Helfer-Team mal wieder am Start hier. Alles super schnell aufgebaut. Hier übrigens hinter mir seht ihr dieses Berliner Kindl-Zelt. Das werden morgen von euch auch einige noch ansteuern. Das ist nämlich die Flohmarktabgabestelle. Ja, hier ist sozusagen dann unser Parkplatz. Da kommt ihr hin. Und hier bei dem Zelt wird dann das Flohmarkt-Team sein. Eure Sachen entgegennehmen. Und mit dem Lastenaufzug dann nach oben transportieren. Und da oben ist dann nämlich der Flohmarkt. Genau. Und das ist aber auch alles schon am Start. Flohmarkt-Team ist auch auf dem Weg, habe ich gehört. Wir werden auch heute schon mal ein bisschen was aufbauen. Hier stehe ich nochmal kurz an unserem Eingang. Weil es ganz witzig hier, guckt, Alex hat hier schon, man kann es so von der Rückseite sehen, hier schon unsere Einlassbanner hier schön am Geländer fest getackert. Wo dann draufsteht, was das Ticket kostet für alle ganz spät entschlossen und so weiter. Und ja, wenn ihr dann kommt am Freitag, geht es ja los, dann werdet ihr hier rein spazieren. Alle, die einen Rollstuhl haben oder sowas, können dann hier die Rampe benutzen. Alle anderen werden dann hier in einer großen Schlange hier einmal rumgeführt. Und dann hier zu unserem Kassenstand. Der steht jetzt hier noch nicht, aber den bauen wir dann morgen auf. Wenn ihr es noch nicht habt, kriegt ihr dann hier euer Badge oder Bändchen. Wobei es tatsächlich, wer heute schon anreist, kann sich auch die Badge im Hotel schon holen. Das ist ganz cool, das zeige ich euch nachher nochmal. Da haben wir jetzt schon die Station, weil manche Leute kommen ja jetzt schon an. Haben sich richtig viel Zeit genommen für die Veranstaltung, natürlich voll cool. Und ja, hier ist auch schon ruhig, aber schon viel Zeug. Unsere ganzen Sachen für die Kasse stehen hier schon. Hier links hinter mir seht ihr unseren Berlin-Con-Infostand. Oh, guck mal, die haben sie auch sogar schon schön hier so mit den Dingern hier beklebt. Da hinten seht ihr jede Menge Zeug. Das müsst ihr natürlich noch auspacken und aufräumen. Das sind vor allem eure Rucksäcke, die ihr teilweise ja vorbestellt habt. Noch ein bisschen Verkaufskram von mir, Pins. Natürlich meinen Krempel könnt ihr hier auch wieder kaufen, wenn ihr möchtet. Fiese Freunde, Louis & Clark, Token-Schalen und sowas wie immer. Hier, oh, guckt mal hier, Alex war schon fleißig. Unsere Fotowand. Könnt ihr hier schön Erinnerungsfoto schießen, entweder am Anfang oder am Ende, wie ihr wollt. Wir sind jetzt hier im Hauptfoyer. Hinter mir sieht man auch schon Tische. Die Artist Alley wird hier sein. Da werden die Illustratoren sein. Hier hinter mir, der Snack, die Snackbar, auch geöffnet während der Game Night. Wird wahrscheinlich auch sehr beliebt sein. Und dann gucken wir mal. Ich laufe mal kurz zur Spieleausgleich hier rein. Hier, Revention Hall 1. Wer es immer noch nicht hat, BerlinCon-App. Downloaden, könnt ihr jetzt natürlich noch machen. Und gucke ich mal, wie es bei den Jungs so aussieht. Tja, noch leer, aber ich sehe schon, ah ja, da kam schon Party-Rent an und die ersten Spieltische stehen schon. Haha. Allerdings noch nicht doppelt gestellt. Das muss noch kommen. Aber wird schon, wird. Und ich sehe, da hinten ist niemand mehr. Ich glaube, die Spieleausleihe ist schon auf dem Weg und holt den zweiten Schub. Halt ihre Regale auch schon teilweise am Start, aber da fehlen noch einige. Ja, die Jungs müssen auf jeden Fall nochmal ins Lager fahren, nochmal einen Nachschub holen. Und dann wird das alles laufen. Ah ja, Glücksrad ist auch da, ne? Mein altes Glücksrad ist ja jetzt beim Blick aufs Brett e.V. am Start, habe ich den ja vermacht. Und wer Bock aufs Glücksrad hat, den Verein unterstützen will, gibt es wieder jede Menge coole Preise abzustauben. Hier auch neben der Spieleausleihe in Halle 1. Ja, hier im Foyer 3 seht ihr da hinten auch schon, da ist schon der erste Catering-Stand hier aufgebaut. Ja, da gibt es nachher was zu essen. Und man kann dann hier auch rausgehen. Oh, da ist auch schon ein Kaffeemobil, sehe ich. Hier. Ja, das Estrell ist hier eben auch schon am Vorbereiten. Und da haben sie dann noch so eine Espressostation, ganz cool. Okay. Ja, auch immer dabei unsere Namenswand, unsere Unterstützer damals, die uns, ja, kann man sagen, über die Corona-Pandemie gerettet haben. Ihr bleibt hier, werdet immer für ewig, solange wir diesen Banner nicht verlieren, stellen wir ihn jedes Jahr auf. Ja, und ich laufe jetzt hier nochmal kurz rüber, hier über die Galerie übrigens, hier wird es ein Massage-Bereich geben, ja, wo ihr euch massieren lassen könnt, zum ersten Mal auf der Berlin-Con, ganz cool. Hier ist unsere Garderobe, Gepäck-Gepäckabgabe dann, ja, auch immer ganz praktisch, wenn man sehr schlacht beladen ist, kann man hier die Sachen loswerden, ist aber auch noch nicht aufgebaut. Ja, und hier im Foyer ist dann tatsächlich hier auch schon, seht ihr, unsere Prototypen-Galerie. Die Tische stehen schon, und guckt mal, die ersten waren schon ganz schnell, haben schon ihre Banner hier aufgebaut, sehr schön. Und dann hier weiter hinten, natürlich der Flohmarkt, ihr wisst Bescheid, da wird es eine größere Schlange geben. Hier, diese Türe, ist der Übergang vom Convention ins Hotel. Nochmal ganz wichtig, das ist sozusagen ein zusätzlicher Ein- und Ausgang aufs Convention-Gelände, wo auch eine Security steht. Diesen Eingang könnt ihr benutzen, wenn ihr eine Batch und ein Bändchen schon habt. Und ganz, ganz wichtig, dieser Eingang wird erst geöffnet, wenn am Haupteingang keine Schlange mehr steht. Das heißt, weil die Frage kam schon, kann ich irgendwie, wenn ich einen Batch habe, hier schneller zum Flohmarkt kommen oder irgendwie so. Das geht nicht, das wollen wir natürlich auch nicht, sondern wir wollen, dass sozusagen ein, der Hauptschlange morgens ist nur Haupteingang. Und erst, wenn da sich die Schlange aufgelöst hat und wahrscheinlich sie hier aufgebaut hat, dann werden wir diesen Übergang öffnen. Weil der ist quasi einfach nur für die Leute, die ein Hotelzimmer haben, dass sie dann während der Veranstaltung dann leichter keinen Umweg machen müssen, hier hin und her gehen können, nicht für den Einlass sozusagen morgens früh. Ja, und hier in der Lobby, voll mega, ist schon ein Team. Schaut es euch an. Badge-Ausgabe. Voll cool. Weil nämlich, ja, die Leute, die jetzt eben jetzt schon anreisen, es sind schon ein paar, die können einfach sich hier schon die Batch eintauschen. Dann haben sie das schon, müssen das morgen Abend nicht machen. Haben dann schon ihr Hotelzimmer eingecheckt. Ja, es gibt einfach Leute, die jetzt schon anreisen, sich einfach vielleicht morgen noch einen schönen Tag machen in Berlin. Und dann geht es abends zur Game Night bei uns. Ja, und einen kleinen Fail gab es dann doch noch. Denn bei diesem letzten Take ist mir mein Mikro irgendwie abgeraucht, beziehungsweise ist nicht angegangen. Hatte keinen Akku mehr, ich weiß es nicht. Deswegen ist der Ton hier jetzt leider weg. Aber ja, alles hat geklappt. Ihr habt gesehen, die Spieleausleihe hat es mit der zweiten Fuhre dann auch noch geschafft. Sonne war auch noch nicht ganz untergegangen. Und alles hat bei diesem Anfahrtstag am Donnerstag jetzt super geklappt. Heute, wenn ihr das Video seht, ist ja der Freitag. Das heißt, ja, für alle Batchbesitzer, wir sehen uns heute Abend zu Game Night. Vielen Dank fürs Zugucken, vielen Dank fürs Unterstützen. Danke nochmal ans Team für die tolle Aufbauleistung. Jetzt schon am Donnerstag wieder mega gerockt. Und wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Wir sehen uns. Du hast Euhik Scandinavian Text Service. Toh Nova. Vielen Dank.